wie ich wohl in seinem kleinen dorf zu dorf ist gerade eher weniger das was mich interessiert ich frage mich eher auf hier das ist langsam echt ätzend mit dem demigosen ist hier natürlich ich bin hier du bist hier schnabelt hier ich passe auf feld kraft ist nicht mehr das was es mal war niemand fühlt sich hier sicher seit renn rocks anhänger interesse an dem schloss dort drüben gezeigt haben schloss rookwood mein onkel salomon ehemaliger auror und will dem nicht nachgehen selbst nachdem einer von ihnen ann verflucht hat vielleicht sogar mit einem zauberstab ich hörte wie ein kobold zauberer als stabträger bezeichnete dürfen kobolde keine zauberstäbe tragen genau deshalb suche ich nach antworten wenn ich sie heilen will muss ich verstehen was mit ihr passiert ist ann war immer am frechsten von uns dreien und das heißt schon was wenn man mich und ominous kennt ich hoffe ein überraschungsbesuch von mir und einem neuen freund aus hawkworts hebt ihre laune und bringt die alte er zurück komm wir gehen zu meinem onkel i've got bad news for you sebastian die ist verflucht die schwester und ich befürchte dass war mal viel lebendiger ja jetzt da renn rocks leute dauernd umherlaufen bleiben alle außer sichtweite aber mein dude ich befürchte wenn du zu viel über die flüche erfährst werden wenn sie dich meine schwester sollte drin zur dunklen seite verleiten hallo ich bin ein haffi puffy na wie süß ist das was ich denke das hatten wir doch schon schrumpelfeigen heben flüge nicht auf nichts kann das je eher du es einsiehst desto besser aber wir haben nicht alles versuch es gibt kein heilmittel wann akzeptierst du das nein ich akzeptier das Conservation Ich bin übrigens Pettel, hi. Was geht ab? Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Ja, aber... Der Junge raubt mir den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sallow. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Er glaubt, er kann Anne helfen, aber man kann nichts für sie tun. Vielleicht haben sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. Ah, sie klingen wie Sebastian. Denken, sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo? Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Ist so. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Stimmt überhaupt nicht. Bei allem Respekt, aber vielleicht täte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder. Besonders Sebastian. Wenn sie wirklich helfen wollen, dann sorgen sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte. Nicht, was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ach, Mr. Auror. Ja gut, er will halt, dass die Kinder sich nicht mit schwarzer Magie beschäftigen. Kann ich verstehen als Ministeriums-Kollega. Mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Oh. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässler sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnt dir, dass dein Onkel ehemaliger Auro ist, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmittel ist leider vergeblich. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Aber ich will dir helfen. Du bist ein unschuldiges Kind. Oh Mann, ey. Ein Brief von Sebastian an Anne. Liebe Anne, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Herr Sharp ist genauso übel wie immer. Du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Oh Mann, ey. Jemand hat Zwiebeln geschnitten neben mir. Das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Lass meine Sachen in Ruhe. Oh Mann. Arme Anne. Warum habe ich hier viele Gegner gesehen? Ach lol, hier sind es so Stato und zum Üben. Ist ja witzig. Oh Mann, allein. Ist irgendwo eine Seite. Ganz in der Nähe. Da. Plump. Übungspuppen. Ja. Die Bedrohner von Felcroft nutzen sie, um sich in Kampf zu üben. Vor allem seit der jüngeren Angriffe. Ach ja. Oh Mann, ey. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ich weiß, dass er wütend ist. Aber er möchte doch auch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Anne's Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Ja, ich weiß. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Ja, das sind halt Schwarzmagier. Das Problem, was ich sehe, ist... Der Schuld, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraden. Ja, ähm... Du solltest dich nicht so sehr mit der... Also, ich sehe da so ein bisschen Anakin Skywalker, weißt du? Der wollte ja auch nur das Leben seiner Geliebten retten und ist dann zur dunklen Seite gewechselt. Oder wurde von der dunklen Seite verführt. Weil der Imperator ihm erzählt hat, äh... Ja, pfff... Sists können halt den Tod verhindern, so bla. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumbühlen? Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwerden. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Bring mir... Ja! 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 Ja, geht, ne? Ja, nö, alles gut. Au. Alter, au! Fuck! Jetzt aber... Zeh, du! Nebioso! Du wirst aber nicht mit drei Pulsine dabei! Descendo! Oh! 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 werde ich das war etwas mehr als ich erwartet hatte ich wollte dich waren wieso ich habe das so unter dem zettel mit geschafft alles gut ich habe jetzt auch drei ultis also alles cool diese anhänger haben das verdient da stimme ich zu hier ist es passiert mitten in der nacht rochen wie rauch als wir nach draußen schauten schossen flammen aus diesem anwesen bevor mein onkel und ich etwas tun konnten rannte er zum feuer besorgt jemand könnte verletzt sein sie sah sich einer horde von kobolden gegenüber die verzweifelt versuchten die flammen zu löschen plötzlich ertönte eine eisige stimme aus dem rauch kinder sollte man sehen und nicht hören dann eine blendende explosion sie gaben ihr nicht mal die chance zu fliehen ich traue dem nicht also sage ich dem nicht worum es geht klingt als hätten die anhänger an grundlos angegriffen ich würde es ihnen zutrauen aber ich bin überzeugt dass sie etwas verbergen wollten vielleicht irre ich mich aber ich denke hier könnte etwas sein dass mich zu demjenigen führt der an verflucht hat womöglich erfahre ich so welche magie ihr geschadet hat und kann ein heilmittel finden vielleicht hast du recht die anhänger sind überall aber sie scheinen hier viel zeit zu verbringen und bestimmt haben sie etwas zu verbergen und in schloss rookwood sollen wir uns mal umsehen sie scheinen ihr lager nicht ohne grund hier aufgeschlagen zu haben sie haben stationen für alles ich hörte dass überall solche ausgrabungsstätten der kobolder auftauchen komisch dass das ministerium nicht mehr tut wer hat hier gewohnt das ist verlassen seit ich hier wohne vor jahrhundert mehr habe ich nie gehört ein hogwarts professor soll hier gelebt haben naja lalalala loot 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 sorry game am aussein loot loot reinrock samhänger immer bewaffnet und kampfbereit Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Rebellio. Ich treu dir nicht, Dude. Du lässt dich von der dunklen Seite verleiten. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Das ist die Erinnerung, ne? Hier war die Dürre, ne? Und dann wurde das repariert. Mit alter Magie. Sebastian. Dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Nicht über den Pettel. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter haben mir auch andere Erinnerungen gesehen. Nicht die Hüter erwähnen? Bist du verrückt? Pettel! Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Ja, genau. Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden. Ich kann nicht mehr folgen. Wie beim Quidditch, genau. Das ist ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Pettel, halt das Maul! Alter! Ich trau dem nicht! Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Boah! Habe ich das richtig verstanden? Renrog und Rookroot sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Ja. Und jetzt siehst du Erinnerungen, die Hüter hinterlassen haben? Ja, verdammt. Und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Ja. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Auf jeden Fall haben wir beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an! Verrat doch nicht alles, Pettel! Wer hat das hier mit Absicht aufgehäuft? Ob es etwas blockieren soll? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Ich soll es suchen. Ah, eine Treppe. Warum verrätst du dem Sebastian alles, Allah? Ich trau dem nicht. Der will zur dunklen Seite der Macht. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Isadora Morganax Tagebucheintrag 2 von 7 Ich bin hierher gekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich fürchte, sie gewaltsam daran zu hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen, werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben. Ich kann ihn nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herz Schmerzen hindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnerte, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schief gehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchungen fortführen, sicherlich, aber das wäre ja nur ein glücklicher Nebeneffekt davon. Mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Okay, das gehört eigentlich davor. Das ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr, die Muggelerzten und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen. Die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihn etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihrem Leiden zu erlösen. Ein Tagebuch-Eintrag von Isadora. Ich sollte ihn aufbewahren. Reveglio. Lumos. Achtung. Confringo. Okay. Lumos. Hmm. Reveglio. Wo muss es da noch mehr geben? Confringo. Lumos. Reveglio. Du wirst es nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Nein, das ist hinter alter Magie versteckt, mein Dude. Boah, ich will dem nicht alles verraten. Warum zwingt mich das Spiel dazu, Allah? Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Ach, danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz ohr. Ich habe die seltene Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Ich weiß nicht, was ich von dir erwartet hatte, aber nicht das. Ich wusste, dass du mir nicht alles sagst. Alte Magie? Was heißt das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, aber die Hüter sagten, dass es mächtige Magie ist, die nur von wenigen genutzt werden sollte. Und zwar die, die reinen Herzen sind. Weiß ich nicht. Fig und ich glauben, dass Renrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Soll das heißen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberer-Magie nutzen? Das wollen wir herausfinden. Wir nutzen die dunkle Seite, ich nutze die helle Seite. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Omnis wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Omnis. Und ich trau dir nicht, mein Dud. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich trau dir nicht, mein Dud, Allah. Ich möchte fast die Luft anhalten. Slytherin, Allah. Ich trau dem keinen Zentimeter weit. Nicht weiter, als ich spucken kann. Nicht weiter, als ich spucken kann, trau ich dem Dud. Ich meine, der hat grundsätzlich ein edles Motiv, aber er lässt sich von der dunklen Seite von, ver, ver, verführen. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Ein Hüterporträt, oder? Also, Teil einer Karte. Ein Triptychon, hier? Ein Satzfending. Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Runendarstellung. Feuer, Feuer. Das sind diese Feuerschlösser. Was hilfreich ist in der Nachricht? Ein Runen-Symbol. Bei den Hütern habe ich ähnliche Symbole gesehen. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter. Und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich konnte keine Spuren bei deiner Schwester entdecken. Hm. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Das stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Ich traue dir nicht, mein Dude. Ich sag ihm nichts. Ich traue dir nicht. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Skriptorium hatte? Hast du nicht? Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein. Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählst. Ach, das Spiel hat mich gezwungen. Ich melde mich. Bis bald. Er hat halt edle Motive, wie Anakin Skywalker die auch hatte. Aber dann lässt er sich zur Dunkelseite verführen und lernt verbotene Flüche. Und dann muss ich ihn am Ende des Spiels töten. Weil ich bin der Gute hier. Und... Ah! Mann! Das Skript zwingt mich dazu. Ich call das echt. Ich call das, dass sie das... ... bei den Ruinen von Schloss Palbat. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Okay, na die. Ähm... Was es teilweise mit, ähm... ...Vorurteilen gegen Stilz zu tun hat. Aber ich trau dem... ...dem Boy nicht. Ich trau dem Boy nicht. Ganz und gar nicht. Sooo... ...hör mal. Du kommst in die Ferien nicht heim? Deine liebe Tante Philomena ist echt vorstig gekommen. Ach, ja, ich begebe mich mal Richtung Moon. Der Heuler. So. Ich könnte auch gleich von Jarvis umgeben sein. Alohomora. Du kleine Chefslehrerin, ich dachte, die mich von ihrer Pfandfähne in die Geranien befestigt ist. Ja, 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 ja. Achtung! Ich wollte darüber in Kenntnis gesetzt, dass verschiedene Mitglieder des Kollegiums eine soziale Zusammenkunft planen! Oh, no! Eine Party! Ich habe keine prinzipiellen Einwände dagegen und überlasse es jenen, die sich so sehr nach Geselligkeit sehen, sicherzustellen, dass derartige Aktivitäten nicht in die Schulzeit fallen und nichts dabei geschieht, das meine Konzentration stören könnte. Ich erwarte am Tag der Veranstaltung beschäftigt zu sein. Werde jedoch die Einladung bei Erhalt wohlwollend prüfen. Mir ist bewusst, dass meine Abwesenheit das Ereignis negativ beiträchtigen würde. Eine halbe Stunde sollte genügen. Bitte beachten Sie, dass Musik jeder Art untersagt ist. Phineas Nijelius Black. Ich bitte von der Verköstigung mit Süßspeisen abzusehen, da diese herumstreunende Ratten oder Kniesel anlocken könnten. Ich bitte weiterum darum, die Teilnehmerzahl bei der Veranstaltung auf 4 zu begrenzen. Dieser Dude da da. Ist das sein Büro von dem Black? Anleihe es nicht. Man weiß es nicht. Aber hier ist auf jeden Fall ein Äffchen, das will ich mitgehen lassen. Ich bitte von der Veranstaltung. Ich bitte von der Veranstaltung. Ich bitte von der Veranstaltung. Das ist doch hier der Astronomieflügel, oder? Die würde ich gerne auch noch mitnehmen. Ich bitte von der Veranstaltung. Ich bitte von der Veranstaltung. Ich bitte von der Veranstaltung. Ich bitte von der Veranstaltung.